Ja, hallo erstmal und willkommen zurück auf dem Kanal hier. Ähm, warte mal kurz, so. Ähm, ja, in der letzten Folge hat Max ein paar Sachen mitgenommen und ist dann von der Insel gegangen, ist also raus aus dem Projekt. Tja, selber schuld, Max. Ähm, falls ihr das Video seht, seht, sieht, entschuldigung. Ähm, ja, wir haben heute mal einen Plan. Lukas ist heute irgendwie nicht dabei, weil ich hab ihn die ganze Zeit angeschrieben, hey, wir müssen noch aufnehmen. Aber nein, er hat sich einfach nicht gemeldet. Lukas, falls du das siehst, ich sag mal bitte, warum du nicht geantwortet hast. Ich hab dich die ganze Zeit versucht anzuschreiben. Also, ich hab dich die ganze Zeit angeschrieben, aber okay. Ähm, ja, wir werden heute mal die Melonenfarm wirklich bauen. Ja, wir werden sie wirklich bauen. Kaum zu glauben, aber wahr. So, wir haben dann schon drei Neservarzen, die Max nicht mitgenommen hat, weil ich sie in der letzten Folge noch schnell eingesammelt hab. Ähm, was ich noch gar nicht gesagt hab, genau, man sieht's vielleicht manchmal, wenn ich mit der Spitzhacke schlage. Dieses Symbol, was ihr da in der Mitte seht, das meinte ich dann eigentlich damit. Sieht man das in der Mitte des Bildschirmes vielleicht? Mein Computer kratzt gerade ab, weil er behindert ist. Spaß. Ähm, ja, das ist jetzt 1.9. Also, es lag ein wenig mehr als 1.8. Vielleicht wird das noch besser. Hoffen wir, dass es besser wird. Das wär sonst mega kacke. Aber naja, gut. Ich baue hier nur noch schnell ein wenig die Sachen ab. Wie man gerade gesehen hat, die Kartoffeln lassen sich nicht einsammeln so richtig gut. Also, es ist noch ein wenig. Egal, hier war gerade irgend so eine kleine Fliege und dann dachte ich so, was? Naja, egal. Wir bauen jetzt erstmal den Baum ab. Ich baue den Baum ab. Ähm, ja. Ich futter nur noch schnell mal was, damit ich auch mal wieder laufen kann. Danach schmelzen ich Eisentuen, weil Schere und weil Schild zu kämpfen. Weil das Schild ist eigentlich notwendig, damit man hier kämpfen kann in der 1.9. Weil sonst überlebt man das ja nie. Weil man kann ja nicht schlagen, wenn man, ne, Dingsbums. Ja, ich weiß nicht, wo ich die Melonfarm hintun soll. Wahrscheinlich da hinten hin, da, warte. Da hinten. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Sonst da hinten, hinter das Haus, so neben dem Haus. Mal gucken, was mir da noch so einfällt. Wenn mir was einfällt, wenn mir was einfällt. Ähm, ja. Ja, man sieht schon, es leckt. Auf einmal ist der Baumstamm wieder da. Und dann ist er weg. Und dann, ne, Zeugs. Und tun. Ähm, ich packe mal ein Zeitraffer rein, bis das hier fertig ist. Okay, bis gleich. Ja, da bin ich jetzt mal kurz wieder. Ähm, ja. Die Axt ist gerade kaputt gegangen, weil ich sie eine Milliarde mal benutzen musste. Weil, wie man wahrscheinlich im Zeitraffer ab und zu mal kurz gesehen hat, ist immer, immer wieder dieser hier. Und ich kann schon, weil ich will wieder nicht einsammeln. Bin ich immer wieder nach oben gebackt und auf einmal war der Block wieder da. Mega scheiße. Also wirklich. Da müsste man dem, ähm, Besitzer dieses Servers echt mal schreiben, dass man, dass der mal hier wieder die 1.8 reinpacken soll. Weil die 1.9 ist ja hier jetzt gerade mega scheiße. So, ähm, ja. Max hat hier einiges mitgenommen, wie man sieht. Aber er hat vergessen, diese Truhe mitzunehmen. Pech. Ähm, ja. Dann crafte ich mir mal schnell eine neue Axt. Wo sind jetzt die Sticks? Ach ja, die habe ich ja hier reingepackt. Nehmen wir mal die 2 Sticks. Das packe ich mal hier hin. So, dann... Hä? Wie hat sich denn das gerade angehört? Wo ist denn jetzt bitte... Hm, naja, dann... Geil. Wo sind denn... Ja, hier. 1, 2, 3. Zack. Dann weitermachen hier. Zack, zack. Und... Zack, zack. Axtili. Ähm, ja. Das Update ist such... Scheiße. Uh. 10. Ja, man hört... Also, ich höre gerade die ganzen Zombies. Ähm, ihr hört das nicht, weil... Ist so wegen Kopfhörern. Eigentlich, weil ich den Ton da, ähm, nicht aufnehmen kann mit meinem Aufnahmeprogramm. Ich probiere das mal zu beheben. Und ja, ich glaube jetzt... Mann, warum... Warum packt sich... Ey, ich schreibe dem wirklich bald eine E-Mail, glaube ich. Dass er das sofort wieder auf 1.8 setzen soll. Okay. Ich meine, was ist das denn für eine Scheiße, weißt du? Man rennt hier lang, zerstört einem immer schön die Äxte dann. Na, wenn man hier dann mal immer wieder den gleichen Block abbauen muss. Aber gut. Und... So, dann schmelze ich mal schnell das Eisen. Und dann geht's auch gleich mal an die Melonen-Farm. Ach, komm, pack alles rein. So, eine Kohle. Ich hab gerade irgendwas komisches gehört. Naja, egal. Ähm, wo ist jetzt hier? Warte mal. Ah, jetzt weiß ich, was er noch mitgenommen hat. Die Erde. Du kleiner Pisser, du. Aber nicht so schlimm. Der kann ich mir für 10 Taler kaufen. Alles klar. Ja. Ist hier irgendwas noch drin? Nein. Dann hol ich mir jetzt mal Erde für die Melonen-Farm. Nee. So. Sola, 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 Sola. Schnell noch Materialien-Kofen-Erde. 15 Taler, okay. Scheiße, ich hab gerade mit meinem Fuß die Playstation angemacht. Haha. Ich bin so dumm. So, zwei Erde. Äh, nee, ich brauch ja drei Erde. Okay. So. Ist. Dann gehen wir mal wieder zur Insel. Ähm. Die Erde. Zack. Vor allem, Max hat mich dann auch noch so beleidigt, so mit, mit, ja, du homosexueller Suchti. Dabei, jetzt mal im Ernst, das ist gar keine Beleidigung. Ich meine, im Ernst jetzt, man kann es zwar immer als Beleidigung benutzen, aber eine richtige Beleidigung ist ja nicht mehr. Also, ich meine, früher war das vielleicht so. Ich weiß es ja nicht, weil so alt bin ich ja noch gar nicht. Ich trinke mal schnell was. In letzter Zeit trinke ich, glaube ich, viel in Aufnahmen, oder? Ja, ich glaube schon. Ähm, sagen wir mal so, zu viel. Hä? Ja, dann bauen wir mal hier ein wenig aus. Dann... hol ich mir aber erstmal nochmal ein Genie. Na, Stein, hab ich ja in der Kiste, muss ich nicht nochmal was abbauen, ne? Ja, ja, ja. Es ist ein wenig langweilig, glaube ich, wenn ich nur alleine hier bin, ne? Weil, wenn keiner da ist, ach, weiß da was. Ich vergesse immer wieder, hier was mal zu machen, ne? So, ach man, so. Einsammeln. Was gut ist, ist, dass, ähm, wenn man runterfällt, verliert man nicht mehr die ganzen Sachen. Das fand ich gut von dem Server oder von dem Team, wer auch wir, ob es alleine gemacht wurde, ist oder nicht. Ich fand das wirklich gut, dass ihr das so gemacht habt. Ja, ich weiß, ich verspreche mich in letzter Zeit viel zu oft. Und ich werde auch hoffen, dass in der, keine Ahnung, jetzt ist ja Folge 20, dass, keine Ahnung, 22, 25, irgendwann wird Lukas auch wieder dabei sein. Nur wann ist ungewiss. Ja, also, oh, fuck. Ähm, ja, wann, weiß ich noch nicht so genau, aber er wird auch noch, er ist auch noch auf dieser Insel. Keine Sorge, ich bin hier nicht allein und vielleicht kommt noch ein Freund vor, also, noch ein anderer Freund, ne? Lukas, nicht beleidigt sein. Falls du das jetzt falsch verstanden hast, wenn du meine Videos überhaupt schaust. Na ja, egal. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, hole ich mal schnell... Ah, warte mal. Ne, ich hab ja noch einen Eimer. Ich hab sogar zwei Eimer. Siehste, die hat er nicht mitgenommen. Haha. Ähm, ja, die Kerne hat er auch da gelassen. Dabei hätte ich so Kerne und so eigentlich am meisten mitgenommen, weil die kann man ja noch gebrauchen. Ne? So, im Laufe der Zeit werde ich wahrscheinlich auch noch mehr Erde holen, weil wir hatten ja über einen Stack und so. Da hatte ich das doch in meinem Inventar. Ach nee, ich bin ja mal gestorben. Da war das dann, glaube ich, alles weg. Ähm, ja, Steinhacke und Wasserwäschler. Ach, was, wer braucht das schon? Ähm, so, zack, hab ich noch Bonemeal. Ja, ich hab noch ein bisschen Bonemeal. Zwar ein wenig verschwenderisch. Aber ist mir egal. Dann mach ich das jetzt einfach mal so. Ne, da nicht. So und so und dann packe ich hier noch Wasser rein und dann ist das auch schon bewässert. So, klick, klick und dann baue ich das noch ab. Und dann müsste das auch bewässert sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Soweit, so gut. Würde ich sagen. Ja, perfekt. Perfekt. So, gleich den Wassereimer wieder aufgefüllt. Und was das hier sein soll, fragt mich nicht. Vielleicht hat er da... Nein, ich dachte, er hätte da eine Kiste oder so versteckt. Keine Ahnung. Hätte ja sein können. Weil da drüben ist ja noch eine Leiter gewesen. Getrun gewesen, gesein. Ähm, ja. Der Teppich kommt erstmal rein. So, dann ist die Melonenfarm soweit, so schlecht erstmal fertig. Ich meine, es ist noch ein wenig primitiv. Aber es wird sich bessern. Ah, guck mal, die Nessawarzen sind schon wieder gewachsen. Ähm, ja. Ich werde mir jetzt erstmal in den nächsten Folgen keinen neuen Seelensand kaufen. Weil ich will ja nicht, dass der vielleicht nochmal geklaut wird. Von wem auch immer. Ja. Warte mal, ich muss ja jetzt mal Fackeln machen, ne? Haben wir noch Fackeln? Ja, ich hab sogar noch zwei. Das ist doch gut. Ne? Hä? Oh, das Video dauert schon relativ lange. Aber da der Zeitraffer ja dabei ist, wird das, glaube ich, nicht so ultra, mega, hyper lange, ähm, wie die Videos sonst immer sind von mir. Also, ich hab drei verrottetes Fleisch und ich hab keinen Plan, was ich damit machen soll. Ich guck mal schnell, ob ich's verkaufen kann. So, und schon sind wir am Spawn. Jetzt schnell mal hier und dann... Ernsthaft? Nur 6,88 Taler? Naja, okay, was soll man damit machen? Ich behalte's erstmal, vielleicht hat irgendjemand ne Ahnung, was man damit machen kann. Ich hab's nicht, also behalte ich erstmal, weil... Kann ja sein, dass man damit noch was machen kann. Ich denke nicht, aber naja... Tropenholz. 18 Taler. Ne, kein Bock. Kein Bock, du! Ich glaube, ich vergrößere jetzt erstmal die Kakaobohnfarm. Ich hab ja jetzt ein wenig Tropenholz. Also, wir sehen uns auf der Insel wieder. So, da bin ich dann auch schon wieder auf der Insel. Da ist auch schon wieder gerade gewachsen und es hat sich sofort wieder hingesetzt. Weil der Server ein wenig, ein wenig laggt. Jaja. Ich versetze es, glaube ich, mal nach da hinten. Hier, Pläne über Pläne. So, das kann da auch mal weg. Baue ich gleich mit der neuen Spitzsacke ab. Na, geht's noch. Ähm, ja. Ich setze das mal hier hin. Da kann dann einiges was hingebaut werden. Scheiße, das Video dauert jetzt schon ganz schön lange. Deswegen würde ich sagen, das war's für diese Folge Skyblog heute ohne alle. Nur ich ganz alleine. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von diesem Schwachsinn sehen wollt, dann lasst dem Video doch ein Like da. Ich hab euch oben rechts das verlinkt. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen am Anfang des Videos. Die... Ähm, Entschuldigung, Aussetzer. Ähm, die, äh, die Playlist. Genau. Da könnt ihr alle Videos sehen. Von 1 bis 163 Milliarden 176. Egal. Tschüss.